Ich habe einen Baum im Garten, im Garten habe ich einen Baum, ja, im Baum habe ich einen Garten, im Garten habe ich einen Baum, ja, ein kleiner, kleiner Baum, ja, ja, der bewohnt meinen Hof, auch ja, 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 der Baum, der Baum, der ist wieder da, 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 die dummen Leute alle, ja, hacken die alle Bäume um, auch ja, nenn, das mach nicht ich nicht, nein, nenn, ich brauche Bäume, ja, ich bin ja gescheiter, ja, als die anderen Leute, ja, die alles umhacken, ja, und alles niederbrennen, ja, ja, die Leute in Südamerika, in Südosten ist doch, ja, alles wird umgehockt, doch, ja, jeder hat ne Hacke, ja, und Hucki, 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 Zucki, ja, ist alles umgehackt, doch, ja, und dann, was machen wir dann, weil alles umgehackt ist, ja, dann kann er sich ersticken, ja, denn er kriegt keine Luft, doch, ja, ohne Bäume, ja, kriegt man ja keine Luft, doch, ja, und wenn du das nicht glauben tust, ja, dann fliegt doch am Mars, da ist sowieso keine Luft, doch, ja, dann kannst du am Mars spazieren gehen, ja, da wirst du gleich ersticken, ja, denn am Mars, am Mars, da gibt's keinen Spaß, da ist auch keine Luft mehr da, haha, dann kommst du lieber nach der Erde, ja, da haben wir noch Bäume, ja, und wenn wir so weitermachen, ja, dann haben wir auch keine Bäume mehr, dann werden wir ersticken, ja, darum sag ich dir, Bäume, 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 ja, brauchen wir wirklich, ja, wir brauchen Bäume, Bäume, ja, setzt einen Baum aus, sogar, jeder kauft sich einen Baum, ja, ja, und setzt ihn aus und gießt, ja, das ist so, und soll man das machen, ja. Bis zum nächsten Mal.